Wir kommen weit her, liebes Kind, und müssen weit gehen. Keine Angst, alle sind bei dir, die vor dir waren. Deine Mutter, dein Vater und alle, die vor ihnen waren, weit, weit zurück. Alle sind bei dir, keine Angst. Wir kommen weit her und müssen weit gehen, liebes Kind. Dieses Gedicht schrieb Heinrich Böll kurz vor seinem Tod. Heute klingt es wie sein Vermächtnis an uns. Um es zu begreifen, müssen wir in Heinrich Bölls Lebensgeschichte weit zurückgehen. Bis zu den Anfängen seines Schreibens. Während des Zweiten Weltkrieges war Heinrich Böll Wehrmachtssoldat. In dieser Zeit führte er regelmäßig Tagebuch. Niemals die Dankbarkeit gegenüber Gott vergessen. Niemals. Ich habe Angst vor dem Leben und stelle fest, dass ich die Menschen hasse. 155 Tage Hölle. Seine Tagebücher aus dem Krieg hielt Heinrich Böll Zeit seines Lebens unter Verschluss. Erst vor kurzem wurden sie veröffentlicht. Vielleicht sind sie der Schlüssel zu einem neuen Verständnis Heinrich Bölls. Ich versuche nur mehr vorzustellen, eine Welt, in der alle Gesetze von allen eingehalten werden. Kirchliche und staatliche. Und diese Welt wäre eine tote Welt. Wenn in den 60er Jahren um die Werte in unserer jungen Demokratie gestritten wurde, war Heinrich Böll immer präsent. Friedliche Auflehnung war für Böll das sichtbare Zeichen einer lebendigen Demokratie. Heinrich Böll war sicherlich eine ganz wichtige Figur. Nicht nur bedeutend als Schriftsteller, sondern auch wichtig, geradezu essentiell, für die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik. Die Gewaltexzesse des deutschen Herbstes verurteilt er scharf. Terroristen waren für ihn Kriminelle. Doch Heinrich Böll wird nicht verstanden. Die Sympathisanten dieses Linksfaschismus, die Bölls und all die anderen sogenannten Intellektuellen sind nicht einmal, einen Deut besser als die geistigen Schrittmacher der Nazis, die schon einmal so viel Unglück über unser Land gebracht haben. Als Extremist, gebranntmarkt und persönlich angegriffen wurde Heinrich Böll zur Hassfigur der Konservativen in Deutschland. Am Ende seines Lebens war er von den Auseinandersetzungen sichtlich gekränkt und geschwächt. Hatte man ihn ganz und gar missverstanden? Wer war er wirklich? Er war immer dafür da, für die Freiheit des Wortes. Also es war ihm das Allerwichtigste, diese Freiheit. Und ich denke, heutzutage hat diese Freiheit immer weniger Wert. Im August 1975 gibt Heinrich Böll dem französischen Journalisten René Winzen ein aufschlussreiches Interview, das kurze Zeit später als Buch erscheint. Es heißt, eine deutsche Erinnerung. Wenn die Leute wirklich lesen würden, würden sie fürchterliche Sachen bei mir entdecken. Viel schlimmer als die, die sie zitieren. Aber sie lesen nicht. Und dann bleibt es bei diesen oberflächlichen Verleumdungsversuchen. Böll wird 1917 in Köln geboren und katholisch getauft. Das deutsche Kaiserreich befindet sich zu dieser Zeit noch im Ersten Weltkrieg. Heinrich Böll stammt aus einer Kölner Handwerkerfamilie. Schon die Vorfahren waren Tischler, Zimmerleute. Und er ist in diesem Zusammenhang aufgewachsen, zusammen mit mehreren Geschwistern. Das Rheinland ist katholisch geprägt. Auch Bölls Familie ist tief religiös. Der junge Heinrich nimmt diesen Katholizismus in sich auf, geht dann aber doch eigene Wege. Das Ideal der Armut aus dem Urchristentum, den Anfängen der christlichen Kirche, berührt ihn tief. Was es bedeutet, besitzlos zu sein, erlebt Böll schon in früher Kindheit. Als die Inflation 1923 ihren Höhepunkt erreicht, verliert die Familie ihr Vermögen und muss in eine ärmere Kölner Gegend ziehen. Die Einwohner nehmen die Bölls herzlich auf. Man hilft sich untereinander. Die Autorität und die Distanz der kirchlichen Würdenträger gegenüber den Gläubigen lehnte Böll zutiefst ab. Christsein bedeutet für Böll in erster Linie Mitmenschlichkeit. Diese Kritik an der Kirche hat sich Böll früher erarbeitet. Und man kann das durch sein ganzes Leben hindurch verfolgen, wie er sich immer stärker von der Kirche als Institution getrennt hat. Wenn man aus heutiger Sicht auf ihn schaut, dann spürt man, wie stark er geprägt war von einem tiefen Glaubensverständnis der menschlichen Existenz. Und zu der gehört eben Humanität, zu der gehört offen zu sein gegenüber dem anderen, zu der gehört Hilfe zu leisten, zu der gehört andere zu akzeptieren, die anders denken als man selbst. Also alles diese elementaren demokratischen Tugenden. Als das Deutsche Reich durch den weltweiten Börsencrash erschüttert wird, erlebt der junge Heinrich die brutale Macht des Geldes. Er muss mit ansehen, wie schnell bürgerliche Existenzen zerstört und Menschen gedemütigt werden können. Armut ist die einzige Würde des Menschen. Bürgermeister jener Jahre in Köln ist Konrad Adenauer. Auch er Katholik, gut 40 Jahre älter als Böll und wohlhabend. Als Mitglied der katholischen Zentrumspartei wird er nach der Machtergreifung 33 des Amtes enthoben. Nach dem Krieg jedoch wird Adenauer in Bölls Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Innerhalb dieser Weltwirtschaftskrise habe ich jeden Respekt vor der bürgerlichen Ordnung verloren, die damals ja sichtbar zusammenbrach. Wir haben unendlich viel geredet zu Hause. Da ist dieses anarchistische Element entstanden, das in der völligen Ablehnung irgendwelcher Vorschriften bestand. Heinrich Böll, Anfang 20, wird als einfacher Wehrmachtssoldat eingezogen. Seine anfängliche Begeisterung verfliegt schnell. Und es gelingt ihm durch das Fälschen von Papieren mehrmals vom Dienst freigestellt zu werden. Diesen passiven Widerstand hätte sich der überzeugte Christ auch von seiner katholischen Kirche gewünscht. Die jedoch geht andere Wege. Aus Angst vor Verfolgung und Repressionen geht der Vatikan weitreichende Vereinbarungen mit dem Hitler-Regime ein. Das sogenannte Konkordat garantiert die Zukunft der Katholiken in Deutschland, ist aber gleichzeitig eine Anerkennung der Nazi-Diktatur. Der Nationalsozialismus war keine Diktatur, die irgendwie aufgepfropft wurde, sondern es war eine Zustimmungsdiktatur. Das heißt also, die große, breite Masse der Bevölkerung war mit diesem Hitler-Regime einverstanden gewesen, hatte geradezu einen Führer gefordert, um aus den Problemen der 20er und frühen 30er Jahre herauszukommen. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Als es zur Verfolgung, Vertreibung und schließlich Ermordung der Juden kommt, können sie in den allermeisten Fällen von der christlichen Mehrheit keine Hilfe erwarten. Beide großen Kirchen haben sich diesem Regime, wenn nicht angedient, so doch sind sie zumindest in Deckung gegangen und haben jedenfalls keinen Widerstand geleistet. Wenn Sie beispielsweise an das Konkordat denken und an die Rolle des Papstes, dann zeigt sich eben auch gerade in der katholischen Kirche, dass die Bereitschaft, also mit dem nationalsozialistischen Staat in irgendeiner Weise ein Arrangement zu treffen, wenn nicht gar zusammenzuarbeiten, eben doch sehr stark war. Nach dem Krieg führte die katholische Kirche zur Rechtfertigung gerne ihre Prominenten aus dem Widerstand ins Feld. Böll kritisiert das. Es ist üblich geworden, die Namen der Männer und Frauen zu zitieren, die in Konzentrationslagern und Gefängnissen gelitten haben oder hingerichtet worden sind. Aber jene handelten nicht auf kirchlichen Befehl. Ihre Instanz war eine andere, deren Namen auszusprechen heute schon verdächtig geworden ist. Das Gewissen. Die Kasernen. Das ist das absolute Institut des Stumpfsinns. Ich werde es nie einsehen, warum Menschen bis zum Selbstmord gequält werden müssen, in diesen hoffnungslosen Gefängnissen, ehe sie den Heldentod fürs Vaterland sterben müssen. Während des Krieges schreibt Böll gut tausend Briefe an seine Familie und an seine spätere Frau Annemarie. Das Paar hat während des Zweiten Weltkrieges geheiratet. Die Ehe wird ein Leben lang halten. Während des Krieges sehen sie sich nur selten. Blut und Feuer. Jammer. Not, Dreck und Elend. Die Panzer bleiben hinter uns, weil sie keinen Sprit haben. Ich bleibe allein zurück und verlaufe mich bis kurz vor die Linien. Kugeln pfeifen nah an meinem Kopf vorbei. Ich liege in einem Loch. Neben mir ein Toter. Gott allein kann helfen. In einem Brief an seine Ehefrau, Annemarie, heißt es, dass er sicher sei, den Auftrag bekommen zu haben von Gott, das Leid zu vermitteln. Ich sage dir, dass ich voller Vertrauen bin. Ich werde dich wiedersehen und arbeiten. Arbeiten für die Wirklichkeit und Wahrheit des Christentums. Das Kreuzes arbeiten. Das wird eine große Aufgabe sein nach dem Krieg. In diesem Sinne versteht er sich tatsächlich als jemand, der eine Aufgabe im Sinne eines Kämpfers zu vertreten hat, das Leid des Krieges, das durchlitten und erfahrene Leid zu vermitteln. Und das versucht er dann später auch als Schriftsteller. Ich hasse den Krieg. Ich hasse ihn aus tiefster Seele. Den Krieg und jedes Lied, jedes Wort, jede Geste, jeden, der irgendwie etwas anderes kennt für den Krieg als Hass. Er ist so völlig sinnlos. Und die Politik ist maßlos infarm und verdorben, dass sie niemals berechtigt sein kann, einen solchen Krieg zu beginnen. Meine Eltern sind dreimal ausgebombt worden. Sie waren evakuiert auf der rechtsländischen Seite. Da ist mein erster Bruder gestorben, 45 geboren, drei Monate später gestorben. Das war schon eine sehr harte Zeit für meine Eltern. In Köln liegt jedes Haus in Trümmern. Nur der Dom bleibt wie durch ein Wunder unversehrt. Der Krieg hat mich gelehrt, wie lächerlich die Männlichkeit ist. Hätte es den Krieg nicht gegeben, hätte ich diese Lächerlichkeit wahrscheinlich in irgendeinem Beruf entdeckt. Das klingt jetzt sehr böse, weil ja, Männer im Krieg sterben, sie werden verwundet. Das ist natürlich nicht lächerlich. Aber trotzdem hat mich der Krieg in seiner absurden Lächerlichkeit womöglich zum Verächter des Mannes gemacht. Natürlich möglicherweise bis zu meiner eigenen lächerlichen Männlichkeit. Meine Eltern sind dann wirklich in die zerstörte Stadt zurück. Auch die Nachbarhäuser waren alle zerstört. Wir lebten in anderthalb Zimmern, wie es damals üblich war mit drei Kindern. Also eigentlich so wie alle Leute. Wir haben es natürlich als Kinder nicht als Zerstörung empfohlen. Wir kannten es nicht anders. Ich glaube, das ist ein Unterschied zu den Erwachsenen gewesen. Es war ein Abenteuer-Spielplatz, ja, auch gefährlich. Aber niemand, komischerweise hat niemand Angst gehabt damals, kümmerte sich auch niemand um. Das war eine ganz andere Zeit. Ich wundere mich auf dem Foto, wie jung der war. Klar, das ist unmittelbar nah am Krieg. Der war jung, ja. Und der Blick schon alleine, den Blick kenne ich. Das ist ein typischer Südstadtblick, ja. Und wieder gucken, ja, so, meinst du echt, erzähl mir doch nichts. Um etwas Geld zu verdienen, übersetzten die Bölls Texte vom Englischen ins Deutsche. Nebenher arbeitet Böll an eigenen Geschichten. Böll hat äusserste Schwierigkeiten gehabt, Erzählungen zu verkaufen. Er hat wirklich gedarbt. Seine Familie hat Armut durchlitten. Und es hat dann fünf, sechs Jahre gebraucht, bevor er eine öffentliche Resonanz erfahren hat. 1951 hat Heinrich Böll erst 250 Bücher verkauft. Woher nimmt er dennoch die Kraft zum Schreiben? Das kann ich gar nicht so genau sagen, woher er diese Kraft genommen hatte. Vielleicht schon aus der Religiosität, aus dem Glauben. Als 1945 das Nazi-Deutschland zu Ende war, da gab es auf der einen Seite die Immigranten, also alle die Schriftsteller der Weimarer Republik, die zurückkamen, aber die eigentlich nach dem Krieg nicht mehr die große Bedeutung hatten. Und dann gab es eben die neue Generation von Autoren, wie Heinrich Böll, die nicht nur jünger waren, sondern vor allem die die Erfahrung der Nachkriegszeit als Thema in ihren Büchern den Lesern vermittelten. 1951 dann der Durchbruch. Böll bekommt den Preis der Gruppe 47 für eine Kurzgeschichte. Sein Name taucht nun immer häufiger in den Feuilletons auf. In den kommenden Jahren erscheinen mehrere neue Romane. Seine Bücher, sie zeichnen eine Nachkriegsgesellschaft, die versucht, ihre jüngste Geschichte aus dem Gedächtnis zu streichen. Sein Roman »Und sagte kein einziges Wort« wird Bölls erster großer Erfolg. Am beeindruckendsten fand ich bei »Und sagte kein einziges Wort« diese zerrissene Familie und die Armut, wie die geschildert wird, auch welche emotionalen Konsequenzen das für die Figuren hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Moment, dass der Vater sehr wenig Geld hat, verdient, glaube ich, mit so Nebenjobs ein bisschen was. Und anstatt dann irgendwie das Geld zu nehmen, um was anderes zu machen, um aus der Situation rauszukommen, nimmt er das Geld eher dafür, um Alkohol zu trinken und dieses ganze Leid irgendwie zu verdrängen. Die Menschen in Bölls Romanen scheitern an einer gottlosen, unsolidarischen Gesellschaft, die sich ganz dem Wirtschaftswachstum verschrieben hat. Köln, das war die Landschaft, in der sich alle seine Bücher bewegen, seine Menschen, die er beschreibt und die Themen, mit denen er da konfrontiert war. Also beispielsweise, welche Rolle spielt nach dem Krieg die katholische Kirche in Deutschland? Welche Rolle spielen überhaupt die tragenden Schichten der Gesellschaft, die sich in der Nazizeit im Großen und Ganzen mit den Nationalsozialisten arrangiert hatten? Ich glaube nicht, dass eine Masse von gläubigen Nazis innerhalb von 14 Tagen in Demokraten verwandelt wird. Was mich erschreckt hatte in Deutschland nach dem Krieg, war diese völlige Widerstandslosigkeit, mit der man plötzlich demokratisch war. Industrielle und Großbürgertum und zum Teil auch der Adel haben unbeschädigt den Krieg überstanden. Und ob sie Nazis waren oder nicht, das stülte plötzlich keine Rolle. Er hat natürlich recht mit seiner Vorstellung, dass gerade die Spitzenpositionen eben wieder mit Personen besetzt wurden, in allen Bereichen der Gesellschaft, die eben auch vor 1945 schon eine wichtige Rolle gespielt hatten. Wir nennen das die Funktionseliten. Aber ohne die Funktionseliten hätte die Gesellschaft nicht funktioniert. Und auf Anraten von Adenauer wurden verurteilte Kriegsverbrecher aus der Haft in den Urlaub geschickt, mit dem stillschweigenden Einverständnis, die brauchen nie mehr wiederzukommen. Konrad Adenauer, inzwischen erster Bundeskanzler, braucht Personal. Seine Entscheidung, sich an die Westmächte zu binden, fördert die rasche Entwicklung der Bundesrepublik. Die USA sehen Westdeutschland als Bollwerk gegen den Kommunismus und sind mit einer Wiederbewaffnung einverstanden. Bei der Wahl des politischen und militärischen Personals kommt es den Katholiken Adenauer und Kennedy mehr auf Fähigkeiten als auf eine weiße Weste an. Adenauer hat das mal in die schöne Formel gekleidet, wie sollte er sozusagen einem amerikanischen General begreiflich machen, und dass da plötzlich ein ehemaliger deutscher Gefreiter nun zum General gefördert wird, ohne überhaupt irgendwelche Qualifikationen zu besitzen. Stellen Sie sich vor, Deutschland hätte keine Armee und würde dieses ganze Geld noch in seine Wirtschaft stecken. Das würde kein Staat erlauben. Diese Absurdität des Verschleißes durch Rüstung. Armeen, Kasernen, dieses teuerste Idiotenspielzeug der Welt. Man wird uns nicht gönnen, dass uns das erspart wird. In diesem Sinne bin ich bereit, das als Realität zu nehmen. Nicht nur Heinrich Böll sieht die geplante Wiederbewaffnung kritisch. Also die Wiederbewaffnung war alles andere als populär. In der Bundesrepublik gab es eine sehr starke Ohne-mich-Bewegung. Es gab Demonstrationen, Massendemonstrationen gegen die Wiederbewaffnung, gegen einen deutschen Wehrbeitrag. Nicht weniger begeistert wird die amerikanische Kampfgruppe empfangen, die zur Verstärkung der amerikanischen Garnison nach Berlin kommt. Bundeskanzler Adenauer in Berlin. Er macht sich mit der neuen Lage vertraut. Der Ost-West-Konflikt verschärft sich 1950 unter dem Eindruck des Koreakrieges. Es wächst die Furcht vor einem Dritten Weltkrieg. Doch Adenauers klares Ja zu einer Wiederbewaffnung stößt selbst innerhalb seiner Partei auf Bedenken. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Die CDU als politische Union protestantischer und katholischer Interessen folgt letztlich ihrem Kanzler. Auch die Kirchen unterstützen Adenauer aus Angst vor der Bedrohung durch den atheistischen Osten. Das führte fast automatisch dazu, dass etwa die Priester oder die Bischöfe dann eine Wahlempfehlung aussprachen für die CDU und darauf konnte Adenauer bauen. Mein Vater war, was der Adenauer sagte, das stimmte. Es war kritiklos und es war der große Papa. Der große Papa Adenauer, der alles gedreht hat. 1955 wird die Bundeswehr gegründet und NATO-Mitglied. Einer der ersten Kriegsdienstverweigerer ist Günter Wallraff. Ich habe nie ein Gewehr angerührt, marschierte den anderen hinterher, hatte mir einen Stock, musste ich tragen. Da habe ich auch einen Blumenstrauß dran gebunden und hatte die Lache auf meiner Seite. Aber da wurden alte Nazlieder gegrölt, da wurden NS-Symbolen gehuldigt. SS war eine vorbildliche Kampfeinheit. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Gelder aus dem Marshallplan und ein Abkommen, das Westdeutschlands Schulden tilgt, ermöglicht der jungen Demokratie kräftig zu investieren und den Konsum anzukurbeln. Aus den ehemals zerstörerischen Kräften werden produktive. Das enorme Wirtschaftswachstum und der Wohlstand für alle schafft erstes Vertrauen in die neue Demokratie. Nach dem Scheitern der Weimarer Republik eine wichtige Erfahrung. Die neue Republik steht für erfolgreiche Exporte in alle Welt und dafür, dass daheim alle ohne Grenzen konsumieren dürfen. Wohl hat ja sehr stark kritisiert, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft eben zu materialistisch sei und dass sie darüber andere Werte, soziale Werte eben vergesse. Aber die Tatsache, dass die Deutschen sich dann in den 50er, 60er Jahren sehr stark auf das Wirtschaftswunder konzentriert haben und alles dafür getan haben, um wieder ihr Häuschen zu kriegen, ihre Urlaubsreise antreten zu können, materiell auf die Beine zu kommen, das war natürlich mehr als verständlich. 500 Autos stehen vor der Maximiliankirche in München. Auch die Kirchen profitieren vom Aufschwung und dem wachsenden Einkommen ihrer Mitglieder. Kirchensteuer. Diese Basis halte ich für kriminell. Ich habe sie mit Zuhälterei verglichen. Und ich nehme den Vergleich nicht zurück. Man verrechtlicht das Verhältnis zu einer Religion. Man fiskaliert es. Das ist klassischer Materialismus. Kurz vor Heiligabend 1952 erscheint Heinrich Bölls Erzählung nicht nur zur Weihnachtszeit. Das habe ich mit großem Vergnügen gelesen, weil es ja zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als es plötzlich, das Weihnachtsfest, immer sinnentleerter wurde zu dem, was es jetzt fast vollständig ist, eine Orgie des Konsums. In seiner satirischen Geschichte beschreibt er die Mutter einer gutbürgerlichen Familie, die aus einem inneren Zwang heraus jeden Tag friedliche Weihnachten feiern will. Frieden, Frieden, Frieden. Andernfalls bricht sie in Schreikrämpfe aus. Diese Anfälle wollen die anderen Familienmitglieder verhindern und erhalten zunächst die Fassade des Weihnachtsfestes aufrecht. Mit täglichem Tannenbaum, Geschenken und Weihnachtsgeschichte. Von draus vom Walde komme ich her. Es wurde ja zu einer Dauersinnung. Jeden Weihnachten kam ja wieder Frieden, Frieden, Frieden. Ich konnte es nicht mehr hören. Aber genau das sollte Bölls ja erreichen. Mit der Satire trifft Heinrich Böll wieder einmal einen empfindlichen Nerv. Verunglimpfung des deutschen Gemüts werfen ihm konservative Kräfte vor. Das hindert Böll trotzdem nicht daran, Zeit seines Lebens sinnentleerte Rituale der katholischen Kirche zu kritisieren. Auch auf die Gefahr hin, falsch eingeschätzt zu werden. Ich bin kein katholischer Schriftsteller. Ich habe den Ausdruck oder diese Bezeichnung immer abgelehnt, weil solche Bezeichnungen von Natur aus falsch sind. Ob man Kommunist ist oder Katholik oder beides, was ja möglich ist, oder liberal oder demokratisch, das ist eigentlich nebensächlich. Wichtig ist die Sprache. Und dass man das, was man ausdrücken will, ausdrücken kann. Auf der Suche nach Antworten landet Böll Anfang der 50er Jahre in Irland. Die Landschaft in Irland ist halt sehr karg, also gerade da in Ackle Island. Die Natur ist sehr unberührt. Ich glaube, damals in Irland, es war halt auch sehr, sehr einfach. Sie hatten auch gar keine Heizung und nur ein Kamin und ein sehr einfaches Leben. Es gab kein Telefon. Die Post kam, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat damals. Die Insel war damals noch kaum bekannt. Böll wurde sie zur zweiten Heimat, zum Sehnsuchtsort. Genug weit weg von den Angriffen, denen er zu Hause immer wieder ausgesetzt war. In Bölls Augen ertrugen die Iren ihre Armut mit Würde. Mit dem irischen Tagebuch schreibt er eine poetische Liebeserklärung über das Armenhaus Westeuropas. Im einfachen Leben, das viele Iren führen müssen, glaubt Böll, eine ideale Gesellschaftsform zu erkennen. Armut oder Leiden war für ihn nur eine Grundlage, um Humanität als Stärke entwickeln zu können. Und das sind alles so grundlegende Einstellungen gewesen, dass ein politisches Spiel darum, wer Recht hat oder wer Unrecht hat oder wer die Macht hat oder wer nicht die Macht hat, sich für ihn sehr oberflächlich darstellte. Wenn man sich Westeuropa von außen anschaut, dann sieht man es eigentlich als eine Versammlung von arroganten Selbsttäuschern, die sich beklagen, weil sie 6% Inflation haben. Lebensmittel, alles viel zu billig. Diese Form der Schuld, die dann besteht, dass es eigentlich immer nur darum geht, seinen eigenen Lebensstandard möglichst zu erhöhen. Böll war mit Sicherheit nicht jemand, der Verzicht gepredigt hat, jetzt im individuellen Sinne, sondern wenn er auf dem Gebiet etwas kritisiert hat, dann war es eigentlich, dass Konsum, eine reine Fixierung auf den Konsum in einer Gesellschaft zu einer Art Entsolidarisierung führt. Also dass zum Beispiel eine extremer, ungerechte Verteilung des Reichtums den Zusammenhalt einer Gemeinschaft infrage stellt. In den frühen 60ern profitierte eine breite Masse vom Aufschwung. Das Wirtschaftswunder kam auch bei den kleinen Leuten an. Bölls vorausahnende Kritik am ungezügelten Konsum und dessen Folgen teilten da nur wenige. Dass der Wert eines Menschen von dessen Arbeitskraft abhängt, war mit Bölls Menschenbild unvereinbar. Mit der Einführung der sozialen Marktwirtschaft standen für Adenauer, der Leistungs- und Wettbewerbsgedanke im Vordergrund. Hey, ich bin ein Clown. Ich sammle Augenblicke. Offizielle Bezeichnung Comikär. Keiner Kirche steuerpflichtig. Mit grossem Erfolg inszenierte vor kurzem im Schauspiel Köln Thomas Jonik. Bölls Ansichten eines Clowns. Ich wollte das in die Gegenwart retten, zurück retten und irgendwie darlegen, dass es sich da nicht um ein altmodisches Material handelt oder um was Nostalgisches, Sentimentales, sondern dass das ein Stoff ist, der damals seiner Zeit weit voraus war. Komm, komm, schau! Schau dir den an! In den 1963 veröffentlichten Romanen hält Heinrich Böll der Deutschen Gesellschaft den Spiegel vor. Im Zentrum des Romans der Clown Hans Schnier. Heftig und kontrovers diskutiert deckt Böll die Symbiose zwischen Staat und Kirche auf, entlarvt eifrige Katholiken als Heuchler. Er prangert den unbärmherzigen Materialismus an und kritisiert, dass ehemalige Nazis wieder obenauf sind. Der Hans Schnier, das ist so ein Störfaktor, der einfach immer wieder dazukommt und der sehr oft Recht hat, der nur nicht den richtigen Rahmen findet für das, was er zu sagen hat. Und dadurch natürlich bewirkt, dass man von ihm abrückt, dass man ihm nicht zuhört. Und gerade diese widersprüchliche Energie wollten wir in der Arbeit auch betonen, dass da jemand ist, der zu Recht stört, also der Gott sei Dank stört und der nicht sozusagen einfach mitleitet in diesem System. Am Ende sitzt der Held, der Clown Hans Schnier, im Bonner Bahnhof, raucht seine letzte Zigarette, legt seinen Hut als Bettler dorthin und dann fällt der erste Groschen hinein. Es ist eine ausweglos melancholische Szene, die anrührt und die jeden Leser dieses Romans bewegt hat, nachzudenken über Veränderungsmöglichkeiten. Sie können sprechen mit wem Sie wollen, mit ganz Linken, ganz Rechten und Mitte. Alle sind sich völlig einig, dass man außer materiellem, ich möchte fast sagen außer krassen Materialismus, diesen jungen Leuten nichts geboten hat. Es kann ja nicht gut gehen. Es ist ja wahr. Und ich wiederhole es zum hundertsten Male. Der Mensch von Brot allein nicht lebt. Ende der 60er Jahre wollen CDU und SPD das Grundgesetz um eine Notstandsverfassung ergänzen. Intellektuelle wie Heinrich Böll warnen vor dem erneuten Aufleben eines totalitären Deutschlands. Ich glaube, dass in der damaligen Zeit, übrigens genauso in der DDR wie in der Bundesrepublik, diese Art von Schriftstellern so eine Art Ersatzpolit-Opposition darstellten, für eine demokratische Opposition, die nicht stark genug war. Durch Bölls öffentliches Engagement wächst auch seine Berühmtheit. Inzwischen kennt fast jeder Deutsche den streitbaren Autor, aber auch die Anfeindungen und Ablehnungen nehmen stark zu. Wenn es uns nachweislich nicht bedingt, Völker in unserer Gegend sterben. Es ist kein Zufall, dass immer da, wo der Geist als eine Gefahr angesehen wird, als erstes die Bücher verboten, die Zeitschriften und Zeitungen, Rundfunkmeldungen einer strengen Zensur ausgeliefert werden. Zwischen zwei Zeilen auf dieser winzigen weißen Schusslinie des Druckers kann man Dynamit genug anhäufen, um Welten in die Luft zu sprengen. In allen Staaten, in denen Terror herrscht, ist das Wort fast noch mehr gefürchtet als bewaffneter Widerstand. Und oft ist das Letzte die Folge des Ersten. Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein. Im Dezember 1971 beschuldigt die Bild-Zeitung Ulrike Meinhof und die RAF ohne Beweise eines weiteren Bankraubs und Polizistenmordes. Böll wirft daraufhin der Bild-Zeitung Volksverhetzung vor und fordert, dass der Staat Ulrike Meinhof den Schutz ihres Lebens bei und nach der Festnahme gewährleisten müsse. Man warf Böll vor, er sympathisiere mit dem Terror. Und wenn man diesen Artikel genau liest, sieht man, dass das Gegenteil richtig ist. Er wendet sich in diesem Essay gegen eine Vorverurteilung in einem Rechtsstaat, eine Vorverurteilung, die vor allem die Bild-Zeitung betrieben hatte. Auch im Umgang mit Terroristen, so Böll, müssen rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Die Gesellschaft ist diesem Text des Grundgesetzes zunächst nicht gerecht geworden. Übrigens auch das Parlament nicht. Wer die Wahrheit über unseren Staat und unsere Gesellschaft derart in Frage stellt, entstellt sie im Bewusstsein der Leser und er zerstört damit den inneren Frieden. Ich richte an Herrn Böll die Frage, rechtfertigen Sie Gewalt, Mord und Terror? Böll ist derjenige, der dieses Grundgesetz ernst nimmt und versucht dann tatsächlich, ohne dass er das nun immer explizit sagt, die Werte, die da drin enthalten sind, tatsächlich auch zu leben. Auch andere Medien nehmen an der Hetzjagd gegen Böll teil. Der Boden der Gewalt wurde durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt. Jahrelang warfen renommierte Verlage revolutionäre Druckerzeugnisse massenhaft auf den Büchermarkt. Heinrich Böll bezeichnete den Rechtsstaat, gegen den die Gewalt sich richtete, als Misthaufen. Zur Hauptzeit des Terrors der RAF, da wurden wir in einigen Restaurants nicht bedient, weil die Gäste sich besperrt hatten, wieso werden die hier bedient. Das war schon ziemlich krass. Auch in Geschäften ist es uns passiert. Es gibt einen interessanten Bericht von der Stasi über ihn, den ich so ganz intelligent finde auch. Die sagt, er ist zwar so links und so, aber wir können ihn irgendwie nicht einordnen, können ihn auch nicht benutzen. Und die Stasi hat ihn dann gesehen, klug, muss man fast sagen, eingeschätzt. Der ist zwar links, aber auch nicht wieder richtig und ist kein Kommunist und ist auch sehr christlich. Und so diese Art war für die Leute sehr schwierig, damit umzugehen. Diese Verzweiflung manchmal bis zu Hausdurchsuchungen, die er erlebt hat von der Polizei, die haben ihn in einem Maße niedergedrückt, wie man sich das heute gar nicht vorstellen kann. Das war jetzt nicht eine Art von sportlicher Auseinandersetzung, die er da möglicherweise geführt hat mit seinen Gegnern, sondern das war ein großes Leiden, das man ihm dazugefügt hat. 1972 wird Heinrich Böll der Nobelpreis für Literatur verliehen, für sein Gesamtwerk. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wenige Jahre später wird er ablehnen. Nachdem er dann den Nobelpreis bekommen hatte, musste man sich zähneknärschend eingestehen, dass es offensichtlich weltweit ein hoch anerkannter Schriftsteller war. Und dann hat er diesen Kampf, könnte man vielleicht im Nachhinein sagen, gewonnen. 1967 stirbt Konrad Adenauer. Seinem intellektuellen Gegenspieler und scharfen Kritiker Heinrich Böll ist er nie persönlich begegnet. Man kann ja sagen, dass Heinrich Böll und Konrad Adenauer beide auf ihre Weise zur Entwicklung der Bundesrepublik beigetragen haben. Adenauer, indem er politische Entscheidungen von großer Tragweite gefällt und durchgesetzt hat. Und Böll, indem er gegen bestimmte Fehlentwicklungen, so wie er sie gesehen hat, opponiert hat, sich gegen diese engagiert hat, in einem sozial fortschrittlichen Sinne. Beide haben auf diese Weise dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik Deutschland werden konnte, was sie geworden ist. Aus Protest trat Böll aus der katholischen Kirche aus. Eine gottlose Welt hat er sich trotzdem nie gewünscht. Er wollte in einer an christlichen Werten orientierten Gesellschaft leben. Die katholische Kirche in Deutschland ist heute wirklich anders als die der 50er, 60er Jahre. Aber sie ist selbstkritischer, liberaler, in bestimmter Hinsicht auch souveräner. Und deswegen denke ich manchmal, die katholische Kirche könnte Heinrich Böll auch ein Denkmal setzen. Sie muss ihn ja nicht gleich zum Heiligen machen. Bölls Sehnsucht nach einem radikalen christlichen Neustart der Bundesrepublik ist nicht in Erfüllung gegangen. Aus den Trümmern entstanden nicht nur Häuser für jedermann, sondern auch wieder neue Paläste. Bölls Behausungen blieben dagegen immer einfach. Wie hier in Langenbroch, wo er die letzten Jahre seines Lebens mit der Familie verbrachte. Mein Bruder und ich, wir sind gar nicht religiös aufgewachsen. Wir sind weder getauft noch sind wir zur Kirche gegangen. Aber auch das haben meine Großeltern vollkommen akzeptiert und toleriert. Und auch nie versucht mit uns über Gott oder die Bibel oder irgendetwas zu sprechen. Also das war es für mich auch sehr wichtig. Obwohl er sehr religiös war und sehr gläubig, das vollkommen akzeptiert hat von uns und uns nicht versucht hat zu bekehren. Mein Schwiegervater hat sehr vielen Menschen geholfen, die DDR zu verlassen. Und dazu gehörte auch, dass man an berühmte Leute im Westen schrieb, damit sie etwas tun für Leute, die die DDR verlassen wollten. Familienzusammenführung oder weil sie verurteilt waren. Und Heinrich Böll zählte zu den Adressaten solcher Briefe, weil man wusste, der tut etwas. Der setzt sich hin und schreibt an die eigene Regierung und an die Regierung der DDR. Er hat viele Leute unterstützt. Hat er nie groß drüber geredet. Und es gab ja damals auch viele Autoren im Osten, die verfolgt wurden, wo die Familien sehr arm waren. Da hat er auch viele Leute unterstützt. Aber eben, das durfte nicht öffentlich gemacht werden. Weil es den Leuten geschadet hätte. Er gehörte keinem Lager an. Und für ihn waren Menschenrechte das Verpflichtende und eine Tiefchrist, also ich würde sagen, die christliche Überzeugung, dem jeweils Schwächeren die stärkere Zuwendung zukommen lassen und den jeweils Mächtigeren zu misstrauen. Anarchisten sind Menschen, die verschiedene Lebensstile und Interessen in einer Gesellschaft denken können. Das ist ein Traum, ja. Ich bin kein Realist. Wenn man sich doch wieder entschließt, Demonstrationen als etwas Notwendiges anzusehen oder so, dann wird irgendwie Böll wieder auftauchen. Der hat sich seinen festen Platz erarbeitet und irgendwann wird man da auch nicht dran vorbeikommen. Mein Großvater hat immer Gelbzahnhai gespielt. Er hatte so gelbe Zähne wegen dem Rauchen und deswegen hat er immer gesagt, er wäre ein Gelbzahnhai. Das sieht man auf diesem einen Bild und wir lachen. Er hat auch mit uns so Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir haben so aus Rinde und aus alten Hemdkragen haben wir kleine Bötchen gemacht. An sowas erinnere ich mich noch gut. Wir kommen weit her, liebes Kind, und müssen weit gehen. Keine Angst, alle sind bei dir, die vor dir waren. Deine Mutter, dein Vater und alle, die vor ihnen waren, weit, weit zurück. Alle sind bei dir, keine Angst. Wir kommen weit her und müssen weit gehen, liebes Kind. Ich hatte ein Pussy-Album, wie jedes Kind in meinem Alter hatte ein Pussy-Album. Und ich habe alle gebeten, reinzuschreiben und auch mein Großvater als Großvater. Ich hatte gar nicht erwartet, dass er mir etwas schreibt. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und so kam dieses Gedicht zustande. Zwei Monate später, am 16. Juli 1985, stirbt Heinrich Böll im Alter von 69 Jahren. Die Probleme, vor denen wir heute stehen, vielleicht würde er so ein Böll mal ganz gut tun. Einfach nochmal sagen, okay, lass uns nochmal von vorne anfangen. Lass uns nochmal gucken, was brauchen wir wirklich. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Untertitelung des ZDF, 2020 Das sogenannte Konkordat garantiert die Zukunft der Katholiken in Deutschland, ist aber gleichzeitig eine Anerkennung der Nazi-Diktatur. Der Nationalsozialismus war keine Diktatur, die irgendwie aufgepfropft wurde, sondern es war eine Zustimmungsdiktatur. Das heißt also, die große, breite Masse der Bevölkerung war mit diesem Hitler-Regime einverstanden gewesen, hatte geradezu einen Führer gefordert, um aus den Problemen der 20er und frühen 30er Jahre herauszukommen. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, Führung, Sucht und Witte in Familien. Als es zur Verfolgung, Vertreibung und schließlich Ermordung der Juden kommt, können sie in den allermeisten Fällen von der christlichen Mehrheit keine Hilfe erwarten. Beide großen Kirchen haben sich diesem Regime, wenn nicht angedient, so doch sind sie zumindest in Deckung gegangen und haben jedenfalls keinen Widerstand geleistet. Wenn Sie beispielsweise an das Konkordat denken und an die Rolle des Papstes, dann zeigt sich eben auch gerade in der katholischen Kirche, dass die Bereitschaft, also mit dem nationalsozialistischen Staat in irgendeiner Weise ein Arrangement zu treffen, wenn nicht gar zusammenzuarbeiten, eben doch sehr stark war. Nach dem Krieg führte die katholische Kirche zur Rechtfertigung gerne ihre Prominenten aus dem Widerstand ins Feld. Böll kritisiert das. Es ist üblich geworden, die Namen der Männer und Frauen zu zitieren, die in Konzentrationslagern und Gefängnissen gelitten haben oder hingerichtet worden sind. Aber jene handelten nicht auf kirchlichen Befehl. Ihre Instanz war eine andere, deren Namen auszusprechen heute schon verdächtig geworden ist. Das Gewissen. Die Kasernen. Das ist das absolute Institut des Stumpfsinns. Ich werde es nie einsehen, warum Menschen bis zum Selbstmord gequält werden müssen, in diesen hoffnungslosen Gefängnissen, ehe sie den Heldentod fürs Vaterland sterben müssen. Während des Krieges schreibt Böll gut tausend Briefe an seine Familie und an seine spätere Frau Annemarie. Das Paar hat während des Zweiten Weltkrieges geheiratet. Die Ehe wird ein Leben lang halten. Während des Krieges sehen sie sich nur selten. Blut und Feuer. Jammer. Not, Dreck und Elend. Die Panzer bleiben hinter uns, weil sie keinen Sprit haben. Ich bleibe allein. ...der amerikanischen Garnison nach Berlin kommt. Bundeskanzler Adenauer in Berlin. Er macht sich mit der neuen Lage vertraut. Der Ost-West-Konflikt verschärft sich 1950 unter dem Eindruck des Koreakrieges. Es wächst die Furcht vor einem Dritten Weltkrieg. Doch Adenauers klares Ja zu einer Wiederbewaffnung stößt selbst innerhalb seiner Partei auf Bedenken. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Die CDU als politische Union protestantischer und katholischer Interessen folgt letztlich ihrem Kanzler. Auch die Kirchen unterstützen Adenauer aus Angst vor der Bedrohung durch den atheistischen Osten. Das führte fast automatisch dazu, dass etwa die Priester oder die Bischöfe dann eine Wahlempfehlung aussprachen für die CDU. Und darauf konnte Adenauer bauen. Mein Vater war, was der Adenauer sagte, das stimmte. Es war kritiklos und es war der große Papa. Der große Papa Adenauer, der alles gedreht hat. 1955 wird die Bundeswehr gegründet und NATO-Mitglied. Einer der ersten Kriegsdienstverweigerer ist Günter Wallraff. Ich habe nie ein Gewehr angerührt, marschierte den anderen hinterher, hatte mir einen Stock, musste ich tragen. Da habe ich auch einen Blumenstrauß dran gebunden und hatte die Lache auf meiner Seite. Aber da wurden alte Nazlieder gegründet, da wurden NS-Symbolen gehuldigt, SS war eine vorbildliche Kampfeinheit. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Gelder aus dem Marschallplan und ein Abkommen, das Westdeutschlands Schulden tilgt, ermöglicht, der jungen Demokratie kräftig zu investieren und den Konsum anzukurbeln. Aus den ehemals zerstörerischen Kräften werden produktive. Das enorme Wirtschaftswachstum und der Wohlstand für alle schafft erstes Vertrauen in die neue Demokratie. Nach dem Scheitern der Weimarer Republik eine wichtige Erfahrung. Die neue Republik steht für erfolgreiche Exporte in alle Welt und dafür, dass daheim alle ohne Grenzen konsumieren dürfen. Wohl hat ja sehr stark kritisiert, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft eben zu materialistisch sei und dass sie darüber andere Werte, soziale Werte eben vergesse. Aber die Tatsache, dass die Deutschen sich dann in den 50er, 60er Jahren sehr stark auf das Wirtschaftswunder konzentriert haben und alles dafür getan haben, um wieder ihr Häuschen zu kriegen, ihre Urlaubsreise antreten zu können, materiell auf die Beine zu kommen, das war natürlich mehr als verständlich. 500 Autos stehen vor der Maximiliankirche in München. Feierlich fahren sie in langer Reihe vor. Dom Capitula Monsignore Tats ... und lehrte Rituale der katholischen Kirche zu kritisieren, auch auf die Gefahr hin, falsch eingeschätzt zu werden. Ich bin kein katholischer Schriftsteller. Ich habe den Ausdruck oder diese Bezeichnung immer abgelehnt, weil solche Bezeichnungen von Natur aus falsch sind. Ob man Kommunist ist oder Katholik oder beides, was ja möglich ist, oder liberal oder demokratisch, das ist eigentlich nebensächlich. Wichtig ist die Sprache und dass man das, was man ausdrücken will, ausdrücken kann. Auf der Suche nach Antworten landet Böll Anfang der 50er Jahre in Irland. Die Landschaft in Irland ist halt sehr karg, also gerade da in Ackle Island. Die Natur ist sehr unberührt. Ich glaube, damals in Irland, es war halt auch sehr, sehr einfach. Sie hatten auch gar keine Heizung und nur ein Kamin und ein sehr einfaches Leben. Es gab kein Telefon. Post kam, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat damals. Die Insel war damals noch kaum bekannt. Böll wurde sie zur zweiten Heimat, zum Sehnsuchtsort. Genug weit weg von den Angriffen, denen er zu Hause immer wieder ausgesetzt war. In Bölls Augen ertrugen die Iren ihre Armut mit Würde. Mit dem irischen Tagebuch schreibt er eine poetische Liebeserklärung über das Armenhaus Westeuropas. Im einfachen Leben, das viele Iren führen müssen, glaubt Böll, eine ideale Gesellschaftsform zu erkennen. Armut oder Leiden war für ihn nur eine Grundlage, um Humanität als Stärke entwickeln zu können. Und das sind alles so grundlegende Einstellungen gewesen, dass ein politisches Spiel darum, wer Recht hat oder wer Unrecht hat oder wer die Macht hat oder wer nicht die Macht hat, sich für ihn sehr oberflächlich darstellte. Wenn man sich Westeuropa von außen anschaut, dann sieht man es eigentlich als eine Versammlung von arroganten Selbsttäuschern, die sich beklagen, weil sie 6% Inflation haben. Lebensmittel, alles viel zu billig. Diese Form der Schuld, die dann besteht, dass es eigentlich immer nur darum geht, seinen eigenen Lebensstandard möglichst zu erhöhen. Böll war mit Sicherheit nicht jemand, der Verzicht gepredigt hat, jetzt im individuellen Sinne, sondern wenn er auf dem Gebiet etwas kritisiert hat, dann war es eigentlich, dass Konsum, eine reine Fixierung auf den Konsum in einer Gesellschaft zu einer Art Entsolidarisierung führt. Also dass zum Beispiel ein extremer... Und oft ist das Letzte die Folge des Ersten. Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein. Im Dezember 1971 beschuldigt die Bild-Zeitung Ulrike Meinhof und die RAF ohne Beweise eines weiteren Bankraubs und Polizistenmordes. Böll wirft daraufhin der Bild-Zeitung Volksverhetzung vor und fordert, dass der Staat Ulrike Meinhof den Schutz ihres Lebens bei und nach der Festnahme gewährleisten müsse. Man warf Böll vor, er sympathisiere mit dem Terror. Und wenn man diesen Artikel genau liest, sieht man, dass das Gegenteil richtig ist. Er wendet sich in diesem Essay gegen eine Vorverurteilung in einem Rechtsstaat, eine Vorverurteilung, die vor allem die Bild-Zeitung betrieben hatte. Auch im Umgang mit Terroristen, so Böll, müssen rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Die Gesellschaft ist diesem Text des Grundgesetzes zunächst nicht gerecht geworden. Übrigens auch das Parlament nicht. Wer die Wahrheit über unseren Staat und unsere Gesellschaft derart in Frage stellt, entstellt sie im Bewusstsein der Leser und er zerstört damit den inneren Frieden. Ich richte an Herrn Böll die Frage, rechtfertigen Sie Gewalt, Mord und Terror? Böll ist derjenige, der dieses Grundgesetz ernst nimmt und versucht dann tatsächlich, ohne dass er das nun immer explizit sagt, die Werte, die da drin enthalten sind, tatsächlich auch zu leben. Auch andere Medien nehmen an der Hetzjagd gegen Böll teil. Der Boden der Gewalt wurde durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt. Jahrelang warfen renommierte Verlage revolutionäre Druckerzeugnisse massenhaft auf den Büchermarkt. Heinrich Böll bezeichnete den Rechtsstaat, gegen den die Gewalt sich richtete, als Misthaufen. Zur Hauptzeit des Terrors, der RAF, da wurden wir in einigen Restaurants nicht bedient, weil die Gäste sich besperrt hatten, wieso werden die hier bedient. Das war schon ziemlich krass. Auch in Geschäften ist es uns passiert. Es gibt einen interessanten Bericht von der Stasi über ihn, den ich so ganz intelligent finde auch. Die sagt, er ist zwar so links und so, aber wir können ihn irgendwie nicht einordnen, können ihn auch nicht benutzen. Und die Stasi hat ihn gesehen, klug, muss man fast sagen, eingeschätzt. Der ist zwar links, aber auch nicht wieder richtig und aber ist kein Kommunist und ist auch sehr christlich. Und so diese Art war für die Leute sehr schwierig, damit umzugehen. Und selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Als es zur Verfolgung, Vertreibung und schließlich Ermordung der Juden kommt, können sie in den allermeisten Fällen von der christlichen Mehrheit keine Hilfe erwarten. Beide großen Kirchen haben sich diesem Regime, wenn nicht angedient, so doch sind sie zumindest in Deckung gegangen und haben jedenfalls keinen Widerstand geleistet. Wenn Sie beispielsweise an das Konkordat denken und an die Rolle des Papstes, dann zeigt sich eben auch gerade in der katholischen Kirche, dass die Bereitschaft, also mit dem nationalsozialistischen Staat in irgendeiner Weise ein Arrangement zu treffen, wenn nicht gar zusammenzuarbeiten, eben doch sehr stark war. Nach dem Krieg führte die katholische Kirche zur Rechtfertigung gerne ihre Prominenten aus dem Widerstand ins Feld. Böll kritisiert das. Es ist üblich geworden, die Namen der Männer und Frauen zu zitieren, die in Konzentrationslagern und Gefängnissen gelitten haben oder hingerichtet worden sind. Aber jene handelten nicht auf kirchlichen Befehl. Ihre Instanz war eine andere, deren Namen auszusprechen heute schon verdächtig geworden ist. Das Gewissen. Die Kasernen. Das ist das absolute Institut des Stumpfsinns. Ich werde es nie einsehen, warum Menschen bis zum Selbstmord gequält werden müssen, in diesen hoffnungslosen Gefängnissen, ehe sie den Heldentod fürs Vaterland sterben müssen. Während des Krieges schreibt Böllgut tausend Briefe an seine Familie und an seine spätere Frau Annemarie. Das Paar hat während des Zweiten Weltkrieges geheiratet. Die Ehe wird ein Leben lang halten. Während des Krieges sehen sie sich nur selten. Blut und Feuer. Jammer. Not, Dreck und Elend. Die Panzer bleiben hinter uns, weil sie keinen Sprit haben. Ich bleibe allein zurück und verlaufe mich bis kurz vor die Linien. Kugeln pfeifen nah an meinem Kopf vorbei. Ich liege in einem Loch, neben mir ein Toter. Gott allein kann helfen. In einem Brief an seine Ehefrau, Annemarie, heißt es, dass er sicher sei, den Auftrag bekommen zu haben von Gott, das Leid zu vermitteln. Ich sage dir, dass ich voller Vertrauen bin. Fast automatisch dazu, dass etwa die Priester oder die Bischöfe dann eine Wahlempfehlung aussprachen für die CDU und darauf konnte Adenauer bauen. Mein Vater war, was der Adenauer sagte, das stimmte. Es war kritiklos und es war der große Papa. Der große Papa Adenauer, der alles gedreht hat. 1955 wird die Bundeswehr gegründet und NATO-Mitglied. Einer der ersten Kriegsdienstverweigerer ist Günter Wallraff. Ich habe nie ein Gewehr angerührt, marschierte den anderen hinterher, hat mir einen Stock, musste ich tragen. Da habe ich auch einen Blumenstrauß dran gebunden und hatte die Lache auf meiner Seite. Aber da wurden alte Nazlieder gegründet, da wurden NS-Symbolen gehuldigt, SS war eine vorbildliche Kampfeinheit. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Gelder aus dem Marshallplan und ein Abkommen, das Westdeutschlands Schulden tilgt, ermöglicht der jungen Demokratie kräftig zu investieren und den Konsum anzukurbeln. Aus den ehemals zerstörerischen Kräften werden produktive. Das enorme Wirtschaftswachstum und der Wohlstand für alle schafft erstes Vertrauen in die neue Demokratie. Nach dem Scheitern der Weimarer Republik eine wichtige Erfahrung. Die neue Republik steht für erfolgreiche Exporte in alle Welt und dafür, dass daheim alle ohne Grenzen konsumieren dürfen. Wohl hat ja sehr stark kritisiert, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft eben zu materialistisch sei und dass sie darüber andere Werte, soziale Werte eben vergesse. Aber die Tatsache, dass die Deutschen sich dann in den 50er, 60er Jahren sehr stark auf das Wirtschaftswunder konzentriert haben und alles dafür getan haben, um wieder ihr Häuschen zu kriegen, ihre Urlaubsreise antreten zu können, materiell auf die Beine zu kommen, das war natürlich mehr als verständlich. 500 Autos stehen vor der Maximilian-Kirche in München. Feierlich fahren sie in langer Reihe vor. Dom Capitular Monsignore Thalhammer, selbst passionierter Autofahrer, segnet die Fahrzeuge. Auch die Kirchen profitieren vom Aufschwung und dem wachsenden Einkommen ihrer Mitglieder. Kirchensteuer. Diese Basis halte ich für kriminell. Ich habe sie mit Zuhälterei verglichen. Und ich nehme den Vergleich nicht zurück. Man verrechtlicht das Verhältnis zu einer Religion. Man fiskaliert es. Das ist klassischer Materialismus. Kurz vor Heiligabend 1952 erscheint Heinrich Bölls Erzählung nicht nur zur Weihnachten. Zur Hauptzeit des Terrors, der RAF, da wurden wir in einigen Restaurants nicht bedient, weil die Gäste sich besperrt hatten, wieso werden die hier bedient. Das war schon ziemlich krass. Auch in Geschäften ist es uns passiert. Es gibt einen interessanten Bericht von der Stasi über ihn, den ich so ganz intelligent finde auch. Die sagt, er ist zwar so links und so, aber wir können ihn irgendwie nicht einordnen. Wir können ihn auch nicht benutzen. Und die Stasi hat ihn dann gesehen, klug, muss man fast sagen, eingeschätzt. Der ist zwar links, aber auch nicht wieder richtig. Und er ist kein Kommunist und ist auch sehr christlich. Und so diese Art war für die Leute sehr schwierig, damit umzugehen. Diese Verzweiflung manchmal bis zu Hausdurchsuchungen, die er erlebt hat von der Polizei, die haben ihn in einem Maße niedergedrückt, wie man sich das heute gar nicht vorstellen kann. Das war jetzt nicht eine Art von sportlicher Auseinandersetzung, die er da möglicherweise geführt hat mit seinen Gegnern. Sondern das war ein großes Leiden, das man ihm dazugefügt hat. 1972 wird Heinrich Böll den Nobelpreis für Literatur verliehen, für sein Gesamtwerk. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wenige Jahre später wird er ablehnen. Nachdem er dann den Nobelpreis bekommen hatte, musste man sich zähneknärschend eingestehen, dass es offensichtlich weltweit ein hoch anerkannter Schriftsteller war. Und dann hat er diesen Kampf, könnte man vielleicht im Nachhinein sagen, gewonnen. 1967 stirbt Konrad Adenauer. Seinem intellektuellen Gegenspieler und scharfen Kritiker Heinrich Böll ist er nie persönlich begegnet. Man kann ja sagen, dass Heinrich Böll und Konrad Adenauer beide auf ihre Weise zur Entwicklung der Bundesrepublik beigetragen haben. Adenauer, indem er politische Entscheidungen von großer Tragweite gefällt und durchgesetzt hat. Und Böll, indem er gegen bestimmte Fehlentwicklungen, so wie er sie gesehen hat, opponiert hat, sich gegen diese engagiert hat, in einem sozial fortschrittlichen Sinne. Beide haben auf diese Weise dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik Deutschland werden konnte, was sie geworden ist. Aus Protest trat Böll aus der katholischen Kirche aus. Eine gottlose Welt hat er sich trotzdem nie gewünscht. Er wollte in einer an christlichen Werten orientierten Gesellschaft leben. Die katholische Kirche in Deutschland ist heute wirklich anders als die der 50er, 60er Jahre. Aber sie ist selbstkritischer, liberaler, in bestimmter Hinsicht auch souveräner. Und deswegen denke ich manchmal, die katholische Kirche... Sie niemals berechtigt sein kann, einen solchen Krieg zu beginnen. Meine Eltern sind dreimal ausgebombt worden. Sie waren evakuiert auf der rechtsverländischen Seite. Da ist mein erster Bruder gestorben, 45 geboren, drei Monate später gestorben. Das war schon eine sehr harte Zeit für meine Eltern. In Köln liegt jedes Haus in Trümmern. Nur der Dom bleibt wie durch ein Wunder unversehrt. Der Krieg hat mich gelehrt, wie lächerlich die Männlichkeit ist. Hätte es den Krieg nicht gegeben, hätte ich diese Lächerlichkeit wahrscheinlich in irgendeinem Beruf entdeckt. Das klingt jetzt sehr böse, weil, ja, Männer im Krieg sterben, sie werden verwundet. Das ist natürlich nicht lächerlich. Aber trotzdem hat mich der Krieg in seiner absurden Lächerlichkeit womöglich zum Verächter des Mannes gemacht. Natürlich möglicherweise bis zu meiner eigenen lächerlichen Männlichkeit. Meine Eltern sind dann wirklich in die zerstörte Stadt zurück. Auch die Nachbarhäuser waren alle zerstört. Wir lebten in anderthalb Zimmern, wie es damals üblich war, mit drei Kindern. Also eigentlich so wie alle Leute. Wir haben es natürlich als Kinder nicht als Zerstörung empfohlen. Wir kannten es nicht anders. Ich glaube, das ist ein Unterschied zu den Erwachsenen gewesen. Es war ein Abenteuerspielplatz, ja, auch gefährlich. Aber niemand, komischerweise hat niemand Angst gehabt damals, kümmerte sich auch niemand um. Das war eine ganz andere Zeit. Ich wundere mich auf dem Foto, wie jung der war. Klar, das ist unmittelbar nah am Krieg. Der war jung, ja. Und der Blick schon alleine, den Blick kenne ich. Das ist ein typischer Südstadtblick, ja. Wieder gucken, ja, so, äh, meinst du echt, erzähl mir doch nichts. Um etwas Geld zu verdienen, übersetzten die Bölls Texte vom Englischen ins Deutsche. Nebenher arbeitet Böll an eigenen Geschichten. Böll hat äußerste Schwierigkeiten gehabt, Erzählungen zu verkaufen. Er hat wirklich gedarbt. Seine Familie hat Armut durchlitten. Und es hat dann fünf, sechs Jahre gebraucht, bevor er eine öffentliche Resonanz erfahren hat. 1951 hat Heinrich Böll erst 250 Bücher verkauft. Woher nimmt er dennoch die Kraft zum Schreiben? Das kann ich gar nicht so genau sagen, woher er diese Kraft genommen hatte. Vielleicht schon aus der Religiosität, aus dem Glauben. Als 1945 das Nazi-Deutschland zu Ende war, da gab es auf der einen Seite die Immigranten, also alle die Schriftsteller. Wir haben unendlich viel geredet zu Hause. Da ist dieses anarchistische Element entstanden, das in der völligen Ablehnung irgendwelcher Vorschriften bestand. Heinrich Böll, Anfang 20, wird als einfacher Wehrmachtssoldat eingezogen. Seine anfängliche Begeisterung verfliegt schnell. Und es gelingt ihm durch das Fälschen von Papieren mehrmals vom Dienst freigestellt zu werden. Diesen passiven Widerstand hätte sich der überzeugte Christ auch von seiner katholischen Kirche gewünscht. Die jedoch geht andere Wege. Aus Angst vor Verfolgung und Repressionen geht der Vatikan weitreichende Vereinbarungen mit dem Hitler-Regime ein. Das sogenannte Konkordat garantiert die Zukunft der Katholiken in Deutschland, ist aber gleichzeitig eine Anerkennung der Nazi-Diktatur. Der Nationalsozialismus war keine Diktatur, die irgendwie aufgepfropft wurde, sondern es war eine Zustimmungsdiktatur. Das heißt also, die große, breite Masse der Bevölkerung war mit diesem Hitler-Regime einverstanden gewesen, hatte geradezu einen Führer gefordert, um aus den Problemen der 20er und frühen 30er Jahre herauszukommen. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Als es zur Verfolgung, Vertreibung und schließlich Ermordung der Juden kommt, können sie in den allermeisten Fällen von der christlichen Mehrheit keine Hilfe erwarten. Beide großen Kirchen haben sich diesem Regime, wenn nicht angedient, so doch sind sie zumindest in Deckung gegangen und haben jedenfalls keinen Widerstand geleistet. Wenn Sie beispielsweise an das Konkordat denken und an die Rolle des Papstes, dann zeigt sich eben auch gerade in der katholischen Kirche, dass die Bereitschaft, also mit dem nationalsozialistischen Staat in irgendeiner Weise ein Arrangement zu treffen, wenn nicht gar zusammenzuarbeiten, eben doch sehr stark war. Nach dem Krieg führte die katholische Kirche zur Rechtfertigung gerne ihre Prominenten aus dem Widerstand ins Feld. Böll kritisiert das. Es ist üblich geworden, die Namen der Männer und Frauen zu zitieren, die in Konzentrationslagern und Gefängnissen gelitten haben oder hingerichtet worden sind. Aber jene handelten nicht auf kirchlichen Befehl. Ihre Instanz war eine andere, deren Namen auszusprechen heute schon verdächtig geworden ist. Das Gewissen. Andernfalls bricht sie in Schreikrämpfe aus. Diese Anfälle wollen die anderen Familienmitglieder verhindern und erhalten zunächst die Fassade des Weihnachtsfestes aufrecht. Mit täglichem Tannenbaum, Geschenken und Weihnachtsgeschichte. Von draus vom Walde komme ich her. Es wurde ja zu einer Dauersendung. Jeden Weihnachten kamen ja wieder Frieden, Frieden, Frieden. Ich konnte es nicht mehr hören. Aber genau das wollte Böll ja erreichen. Mit der Satire trifft Heinrich Böll wieder einmal einen empfindlichen Nerv. Verunglimpfung des deutschen Gemüts werfen ihm konservative Kräfte vor. Das hindert Böll trotzdem nicht daran, Zeit seines Lebens sinnentleerte Rituale der katholischen Kirche zu kritisieren. Auch auf die Gefahr hin, falsch eingeschätzt zu werden. Ich bin kein katholischer Schriftsteller. Ich habe den Ausdruck oder diese Bezeichnung immer abgelehnt, weil solche Bezeichnungen von Natur aus falsch sind. Ob man Kommunist ist oder Katholik oder beides, was ja möglich ist, oder liberal oder demokratisch, das ist eigentlich nebensächlich. Wichtig ist die Sprache. Und dass man das, was man ausdrücken will, ausdrücken kann. Auf der Suche nach Antworten landet Böll Anfang der 50er Jahre in Irland. Die Landschaft in Irland ist halt sehr karg, also gerade da in Ackle Island. Die Natur ist sehr unberührt. Ich glaube, damals in Irland, es war halt auch sehr, sehr einfach. Sie hatten auch gar keine Heizung und nur ein Kamin und ein sehr einfaches Leben. Es gab kein Telefon. Post kam, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat damals. Die Insel war damals noch kaum bekannt. Böll wurde sie zur zweiten Heimat, zum Sehnsuchtsort. Genug weit weg von den Angriffen, denen er zu Hause immer wieder ausgesetzt war. In Bölls Augen ertrugen die Iren ihre Armut mit Würde. Mit dem irischen Tagebuch schreibt er eine poetische Liebeserklärung über das Armenhaus Westeuropas. Im einfachen Leben, das viele Iren führen müssen, glaubt Böll, eine ideale Gesellschaftsform zu erkennen. Armut oder Leiden war für ihn nur eine Grundlage, um Humanität als Stärke entwickeln zu können. Und das sind alles so grundlegende Einstellungen gewesen, dass ein politisches Spiel darum, wer Recht hat oder wer Unrecht hat oder wer die Macht hat oder wer nicht die Macht hat, sich für ihn sehr oberflächlich darstellte. Wenn man sich Westeuropa von außen anschaut, – Was manufacturing l Ebene? – Sch Und﹛ – Insofern Untertitelung des ZDF, 2020